Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und schon wieder für euch in Battle for S.R.W.X. Und zwar wollte ich euch heute einen kleinen Anhänger-Guide präsentieren. Und zwar geht es um den Anhänger Morose für die Ordenshalle. Jetzt fragt sich der ein oder andere Anhänger für die Ordenshalle, warum brauche ich den? Ihr braucht den nicht, ganz einfach. Aber wenn ihr ein Sammler seid, so wie ich und vielleicht auch so ein Add-on wie AllerThings hier kompletisieren wollt, dann ist es vielleicht eine Sache, die euch interessiert. Falls nicht, dann könnt ihr euch das jetzt trotzdem angucken oder schaltet ab. Aber ich werde euch jetzt halt zeigen, wie man diesen Anhänger kriegt. Als allererstes braucht ihr ein Quest-Item. Und das schimpft sich die beschädigte Taschenuhr. Und wo wir die herbekommen, zeige ich euch gleich. Die startet nämlich eine Quest. Und über diese Quest können wir Morose bekommen. Jetzt schauen wir uns als erstes mal an, was wir für diese Quest machen müssen. Und dann erzähle ich euch bzw. erkläre euch, wie man das ganze Ding kriegt. Also wir müssen zwei Missionen abschließen. Dann brauchen wir eine Glocke des Meisters und würzige Rippchenbraten. Der würzige Rippchenbraten ist ein Rezept aus Lidschenkochen. Das könnt ihr euch herstellen oder mal Haarkaufen oder von irgendeinem Freund holen. Also einfach Kochkunst kann man das herstellen. Das ist soweit gar kein Stress. Das zweite, was wir haben, sind zwei Missionen. Die bekommt ihr, sobald ihr quasi diese beschädigte Taschenuhr habt, automatisch in eurer Ordenshalle. Und die dauern aber drei Tage bzw. werden verkürzt, wenn ihr so Anhänger habt mit Speed. Ich habe die jetzt ein bisschen verkürzt gehabt auf einen Tag und vier Stunden. Die zweite von den beiden habe ich jetzt hier gerade abgeschlossen. Also wenn ihr keine Verkürzung habt, braucht ihr halt sechs Tage. Wenn ihr eine Verkürzung habt, sind es halt drei Tage. So Pi mal Draumen. Genau. Heißt, das habe ich jetzt fertig. Und dementsprechend haben wir alle Voraussetzungen und müssen jetzt zum Rose gehen. Und da werde ich euch jetzt mal kurz erklären, wo man überhaupt erstmal diese Taschenuhr herbekommt. Und zwar müsst ihr nach Karasan und nicht in das normale Karasan, in das alte von Burring Crusade, sondern wir müssen in das Karasan von Leech'n. Und dort müssen wir in den Hintereingang dementsprechend rein. Also sprich oben rein. Das kann ich euch in der Art auch mal zeigen, wo es da hingeht. Und dort müssen wir dann runter zum Opa-Event. Und danach könnt ihr einfach Morose umklopfen. Hört sich einfach an. Ist es auch. Bloß kann es halt ein bisschen zeitaufwendig sein. Warum kann es zeitaufwendig sein? Denn er hat jetzt halt nicht so die beste Drop-Chance. Man kann das Ding im Mythic farmen oder im HC. Und das Gute ist, im heroischen Modus hat man keine Daily Lockout-ID, so wie es eigentlich normalerweise im HC immer ist, in Fünf-Mann-Dungeons, dass man es einmal pro Tag machen kann. Und mythisch kann man ja einmal pro Woche im Normalform machen. Hier ist es aber so, dass ihr HC so wie normal laufen könnt. Also so oft, wie ihr wollt. Sprich, ihr könnt da zehnmal in der Stunde rein. Und dann habt ihr halt die Downtime, wenn ihr halt unter sechs Minuten pro Rande bleibt. Was ihr sicher schafft. Weil es ist ja, wie gesagt, alter Content, Legion-Content. Und dementsprechend nicht sonderlich schwierig. Morose hat im HC laut WoW-Head eine Drop-Chance von 1,8%. Hört sich jetzt nicht allzu schlecht an. Ich habe 254 Runs gebraucht. Und ja, das waren einige Runs, bis ich das Teil hatte. Und ja, sobald ihr das Ding habt, könnt ihr halt quasi, oder bekommt ihr die Quest, die ich euch jetzt vorhin schon gezeigt habe, wo wir einmal, ja, eine Kochgeschichte brauchen. Zwei Missionen über die Ordenshalle. Und dementsprechend ein letztes, was wir noch brauchen, ist, was war es hier, diese Glocke des Meisters. Und die bekommt ihr auch aus der Instanz. Und zwar die Glocke des Meisters bekommt ihr von Medivhs Schemen. Also, sprich, wenn ihr einmal die Quest bekommen habt, dann macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Lauft raus und macht die Mission und merkt dann, ah, kacke, ich muss Medivhs Schemen noch umhauen. Denn bei Morose liegt ein Schlüssel. Und nur mit diesem Schlüssel kann man quasi dann oben eine Tür aufmachen. Und er kann oben weiter beim Kurator und dementsprechend dann auch zum Medivhs Schemen gehen. Also, sprich, nachdem man Morose gekillt hat, kann man zum Kurator und dann Medivhs Schemen. Und diese Glocke droppt übrigens zu 100%. Ich hatte schon Angst, dass die dann eine beschissene Dropschance hat. Genau, jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein. Ich habe jetzt alles für die Quest. Jetzt kann ich hier mit ihr reden. Ich habe gehört, hier gibt es auch Dialoge. Wir machen jetzt mal den Sound ein bisschen hoch. Ich schätze mal, es ist nicht vertont. Aber wir gucken mal. Vielleicht hat Blizzard ja was gemacht. Genau, jetzt können wir die Quest einmal abgeben. Wir haben alles, die beiden Missionen, die Rippchen haben wir und die Glocke haben wir auch. Und jetzt müssen wir eine Folgequest kriegen, genau. Und bei dieser Folgequest kriegen wir ihn dann direkt als Anhänger. Und was muss ich jetzt machen? Achso, wir müssen jetzt den Wein servieren. Ah, da müssen wir draufklicken. Okay, machen wir das mal. Klicken wir mal einmal drauf. Die Stühle können wir uns leider nicht hocken. Ah, okay, jetzt kommen hier schon mal Gäste, so wie es aussieht. Das machen wir mal zu. Das brauchen wir jetzt nicht an der Stelle. Und hier müsste dann auch Medivh an Getanz kommen. Ja, schade, die Dialoge sind natürlich nicht vertont. Aber die interessieren uns jetzt eigentlich tatsächlich weniger. Sondern wir wollen unseren Anhänger haben. Und ich würde sagen, sobald wir den Anhänger haben, gehe ich nochmal nach Karasan rein und zeige euch, wo ihr dann etwa langlaufen müsst. Dass ihr so eine grobe Ahnung habt für die Leute, die jetzt sagen, okay, altes Kar... oder halt hier Legion. Karasan habe ich nie gemacht. Keine Ahnung. Ach so, reicht den Käse. Ich rede hier die ganze Zeit, aber man muss anscheinend auch hier tätig werden. Wo ist der Käse? Kann ich da drauf... Ah, da ist der Käse. Da kann ich drauf... Also man muss hier tatsächlich ein bisschen klicken. Präsentiert den Braten. Ah, ich bin hier quasi Dienstmarkt. Ah ja. Dann kommen die verschiedenen Gäste, wenn man hier die Sachen reicht. Okay, also der Käse scheint anscheinend schon gut anzukommen. Und jetzt ist es so, dass er hier einige Dialoge hat. Oh, ihr habt geläutet. Das ist sogar vertont. Okay, also ich konnte ihn eben anquatschen. Nein, ich bin besiegt. Ihr seid frei. Ah ja. Okay, also hier gibt es einige Dialoge, die werden wir uns jetzt aber nicht alle im Einzelnen durchgucken. Sondern wir wollen einmal unseren Anhänger haben. Und zwar, da haben wir ihn. Zack, Morosos Anhänger. Das war jetzt eine relativ kurze Angelegenheit. Im Gegensatz zu dem ganzen Gefahr mehr, das ich jetzt die letzten Wochen hinter mir hatte. Die Leute, die im Stream dabei waren, wissen von was ich rede. Genau. Also hier ist das Hinterweg Harassan. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Wir können hier auf Heroic stellen. Und wie gesagt, das so oft spammen, wie wir wollen. Mythic müsste trotzdem nur einmal pro Woche sein. Oder einmal täglich. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall, ihr könnt es immer HC machen. Wenn ihr jetzt die Glocke farmen wollt, dann lauft ihr quasi hier lang. Dann geht es hier rum. Wir werden jetzt nicht den kompletten Run machen, weil hier unten ist man immer ein bisschen blockiert. Aber ich will euch jetzt zumindest mal zeigen, wo ihr grob lang laufen müsst. Und zwar laufen wir dann hier rechts rum. Und dann geht es da hinten runter. Seht ihr, da ist so eine kleine Treppe. Und dann geht es hier komplett runter und am Ende steht ihr quasi hier unten bei diesem Typen. Und den quatscht der an. Und wenn man den anquatscht, geht das eventlos. Es ist übrigens so, dass es, ich glaube, drei oder vier verschiedene Events gibt. Ich muss jetzt mal gucken, wie viele sind es? Ah, drei Stück sind es. Ah ja, genau. Und ich würde euch empfehlen, das hier mal auszuchecken. Also eine Woche lang sind die Events immer gleich. Also wenn ich jetzt hier anquatsche, es kommt immer das gleiche Event, bis die nächste ID ist. Also am Mittwoch kommt dann wieder ein anderes Event. Und ich kann euch nur empfehlen, ach so, jetzt machen wir hier den. Der labert hier auch mal so ein bisschen. Ich kann euch nur empfehlen, das Ganze zu farmen, weil ihr hier doch öfter rein müsst, wenn dieses Wicket-Event ist. Da kommen nämlich zwei Hexen, die könnt ihr einfach one-shotten und kommt weiter. Das Gelaber dauert hier schon relativ lang. Die anderen beiden Events, diese Murlocs, die verpacken ganz gern, wenn ihr zu viel Schaden macht und ich mit meiner Zwiebel zur Bewüstung one-shotte gern mal diese Viecher, dann verpacken sie und ihr könnt nichts mehr machen. Und hier dieses komische Schöne und ihr Biest, da musst du so kleine Viecher umhauen, die alle ein Immunschild haben. Also die musst du alle immer Single-Target-Einzel umhauen. Das dauert auch länger. Deswegen, wenn ihr das effektiv farmen wollt, macht das Event hier, wenn Wicket am Start ist, dann ist es wesentlich einfacher. Meiner Meinung nach. Die anderen sind ätzender, was einfach länger dauert. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, einmal hier das Ding machen, ist easy. Ja, aber wenn ihr das 20, 30, 40 oder wie ich, 245 Mal macht, dann macht es tatsächlich einen Unterschied, ob das Event halt ab und an verpackt oder halt nicht. Dementsprechend macht das schon Sinn. Wir können jetzt auch kurz noch zu Morose laufen, also, beziehungsweise ich kann es euch zeigen. Wichtig ist dann, ihr lauft dann hier durch, kommt hier unten dann raus und hier rüber könnt ihr dann einfach zu Morose. Also schalten wir einfach jetzt hier mal um. Hier haben wir Morose unten, den müsst ihr umklopfen und dann kriegt ihr das Ding. Und der andere Mob, den wir brauchen, da können wir jetzt einmal nach oben schauen. Genau. Hier sind wir reingekommen, wir sind hier rüber gelaufen und zum Schemen müsst ihr einfach hier hochlaufen. Also geht es hier hoch, dann die kompletten Treppen hoch, noch mehr Treppen hoch und dann kommt ihr beim Kurator raus, dann hier durch und dann kommt ihr einmal hier, also dann kommt ihr hier raus quasi, mit die Schemen umklopfen. Wir können jetzt von mir aus noch kurz zu Morose laufen. Achso, ich bin jetzt im Tank-Spec, sonst habe ich das hier mal mit dem TD-Spec gefarmt, weil es einen Ticken schneller geht. Ihr solltet halt, wir können sie auch looten, wenn wir schon dabei sind. Was ihr halt machen solltet, wenn ihr mal die Quest bekommen habt, dann beim Medivh auch den Schlüssel aufsammeln, sonst kommt ihr halt nicht nach oben. Jetzt für die Leute, die sagen, okay, hier war ich wirklich nie drin. War damals auch eine coole Instanz, gab es dann auch als Mythic Plus. Also, ja, das war quasi der Prototyp zu Mechagon, was ja auch eine, ich weiß nicht, wie jetzt Blizzard genannt, Mega Dungeon? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz, ganz hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall irgendwie so in der Art, mittlerweile ist es halt aufgeteilt, oder war es dann aufgeteilt in Mythic Plus in zwei Instanzen, so wie auch Mechagon. Also, hier müssen wir durch, und dann können wir hier zu Morales runter springen, und der Kollege könnte uns dann das Item droppen. Wie gesagt, droppt halt ziemlich selten. Und hier den Schlüssel, den dann aufnehmen, dass ihr oben, wo ich euch gerade gezeigt habe, auch die Tür öffnen könnt. Gut, das war es eigentlich soweit vom Video. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ist ein lustiger kleiner Anhänger, den müsste ich jetzt hier in der, Moment, hier kann man umschalten, Ordenshalle, müsste ich ihn jetzt mit drin haben. Hier ist er. Der war anscheinend früher auch relativ stark, weil er mehr Fähigkeiten als die normalen Anhänger hat. Jetzt brauchen tut man nicht wirklich, wie gesagt, weil, na, ist halt alter Content, aber zumindest fürs Sammler ist es vielleicht, für den einen oder anderen, eine positive Geschichte, den mit einzuhalten. Gut, dann drücke ich euch die Daumen, falls ihr das farmen wollt, dass ihr mehr Drop-Luck als ich habt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr mich ärgern wollt, nach wie vielen Tries ihr das Ding bekommen habt. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.